hallo ihr lieben ich arbeite im moment gerade noch an meinem fliegenden herz und ihr könnt sehen es fehlt nicht mehr vielen das fehlen nur noch die restlichen flügel hier und ein bisschen von diesem flügel und natürlich die highlights noch zum schluss ich wollte euch heute ganz gerne mal zeigen wie ich die schattierung und die schattierung in diesen flügelteilen gesetzt habe mit welchen stiften und das bild ist aus diesem buch von hannah karlson und dann legen wir einfach mal los ich stelle euch mal hier so an die seite so ich habe für diese für diese flächen tatsächlich nur drei farben verwendet und zwar ist einmal black von den prismacolors übrigens cool grey 50% und grey green light und ich finde diese farbkombination irgendwie extrem schön gerade mit diesem ganz ganz hauchzarten grün grau verblendet ich finde tatsächlich diese farbkombi könnte man auch für metallen metallische effekte nutzen wie zum beispiel jetzt die scheide eines schwertes fällt mir da jetzt spontan ein oder vielleicht auch mit ein bisschen helleren grauen noch gemischt als als metall irgendwie als silber oder so ich fange einfach mal an und zwar geht es los dass ich hier direkt mit dem schwarz beginne und auch mit relativ viel druck starte und dann zu spitze hin leichter aus laufe also ich werde immer leichter und zarter wie weiter ich nach oben komme also an die spitze komme dann nehme ich direkt mein 50% cool grey gehe da schön drüber auf wieder mit viel druck und zur spitze hin wieder leichter auslaufend das war jetzt sozusagen mit allen farben eine schicht mir ist der kontrast noch nicht stark genug deswegen nehme ich jetzt noch mal wieder schwarz und macht dasselbe noch mal schön dunkel und mit viel gefühl erst mit viel druck damit wenig druck damit das schön sanfte übergänge gibt so So, das war jetzt die eine Flügelform. Und jetzt mache ich mich hier noch einmal an diese Form und hier gilt auch wieder schön, man könnte auch anstelle von viel Druck einfach in vielen Schichten hier drüber gehen, dann würde es auch irgendwann richtig dunkelschwarz werden. Also wenn man sich unsicher ist, ist es immer von Vorteil, lieber mit wenig Druck zu arbeiten und dafür aber in mehreren Schichten. Aber ich habe ja jetzt, wie ihr gesehen habt, schon einiges an Übung, was diese Flügel betrifft. Deswegen traue ich mich hier durchaus mit etwas Druck, mehr Druck beizugehen, weil ich schon herausgefunden habe, wie viel Druck ich aufwenden muss, um möglichst, ja, ziemlich zügig ans Ziel zu kommen. So. 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 Hier oben an der Spitze sieht man, dass ich da drüber gemalt habe mit dem Watercolor Background. Das ist aber gar nicht weiter schlimm, weil dieses Light Grey Green so eine tolle cremige Konsistenz hat, dass man das eigentlich fast gar nicht mehr wahrnimmt, wenn man aus der Entfernung drüber guckt. Also auf das Bild guckt und das sozusagen abdeckt. Schön verblenden, auch gerne bis ganz ins Schwarze rein, das hält das Ganze natürlich nochmal wieder ein Stück weit auf. Das ist aber nicht schlimm, weil wir einfach mit dem Schwarz und dem Grau nochmal drüber gehen nachher, um den Kontrast zwischen Schatten und hellster Stelle zu intensivieren. Aber man sieht das richtig schön, wenn man hier mit dem hellen Grey Green rüber geht, dann schließen sich so die Poren. Also es ist nachher am Ende überhaupt nichts mehr von dem Papier zu erkennen und ich liebe das total. Diese Farbdichte, obwohl es eigentlich so eine helle Farbe ist. Aber das zeichnet die Prismacolors halt auch aus, dass sie halt durch diese wachsige Konsistenz diesen Effekt erzielen. Wenn man mit den Prismacolors noch nicht so geübt ist und man von Anfang an sehr, sehr starken Druck aufwendet, kann es passieren, dass man so einen Wachsblom erzeugt. Dann ist das Papier so dermaßen gesättigt, dass es einfach keine weiteren Farbschichten mehr aufnimmt. Aber das kommt auch und hängt auch ein bisschen mit vom Papier ab, wie viel Farbe ein Papier tatsächlich aufnehmen kann. Naja und in diesen schwedischen Malbüchern von Hannah Karlsson und Maria Trolle und Emily Liederhall-Öberg und noch einigen weiteren, diese Papierqualität ist halt einfach großartig für die Prismacolors, es ist wie für sie gemacht. Das war dann jetzt hier auch meine letzte Ausbesserung. Und das ist dann jetzt hier auch meine letzte Ausbesserung. So, hier gehe ich jetzt einmal über die mittlere Linie, einmal mit dem Stift, mit dem schwarzen Stift nochmal drüber, um die nochmal ein bisschen davor zu heben. Und dann war es das auch schon. Und ja, ich hoffe, dieses kleine Tutorial hat euch gefallen und hilft euch ein bisschen weiter. Falls ihr mal irgendwie was anderes sehen wollt, was ich euch zeigen kann oder was ihr bei meinen Bildern entdeckt habt auf Instagram, was euch gefällt und wo ihr gerne mal wissen möchtet, wie ich das gemacht habe, schreibt es mir gerne. Ich werde versuchen, das natürlich umzusetzen und euch zu zeigen. Und ansonsten sage ich erstmal vielen Dank fürs Zusehen. Ich wünsche euch einen schönen Tag und ja, happy coloring. Bis zum nächsten Mal. Tschüss! 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 Untertitelung des ZDF, 2020